Ah, jetzt geht er endlich drauf! Kleine Pissnäcke! Ja, Verrecke! Schwanzlutschner Arschburt! Kack, Mist, Pissschwein! So, her mit deinen Punkten hier! Alter Schwede! Sprengen die das Gebäude jetzt in die Luft? Was kommt jetzt, ey? Was? Achso, ja, ja, bin ja schon unterwegs. So, was kommt jetzt? Alter! Wie geil! Alter, dass ich mich an sowas Geiles nicht mehr erinnere! Ich bin mal ruhig! Ich bin mal ruhig! Und nee, wir fehlen! Beweg uns! Warten Sie! Ein! Dann loswerden! Hör ich mich an! Geil! Warten Sie! Die ist noch hier! Hey! Hey! Ach, nein! Alter Schwede, das war ja mal Hammer-Epic. Warum erinnere ich mich an sowas nicht? Das ist ja schlimm, ey. Aber das ist geil auch wiederum. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir fliegen mit gepanzerten Senkre-Statortransportern aus. Das Flugverbot über Manhattan wurde für die Suroperation aufgehoben. Die Air Force wird uns nicht rampfschießen. Aber die Zeit ist begrenzt, meine Herren. Wir geben sie sich nirgendwie zum Times Square. Wir können nicht auf sie warten. Beteiligung wird 15 Minuten lang aufrechterhalten. Ich wiederhole, 15 Minuten. Danach sind sie auf sich allein gestellt. Heißt das, ich muss jetzt 15 Minuten lang durchhalten, einfach nur? Naja. Hm. Das heißt, einfach nur 14 Minuten Gegner abballern? Nee, glaub ich irgendwie nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwie eine Zeit lang... ...die aufhalten. Naja, sehen wir mal, was jetzt Sache ist hier. Ah. Totalausfall klingt sehr gut. ...und die Schrift wird von 42. ... und Broadway vor. Luft-Evakuierung im Gange. Hört aber dauern. Ich bin vor dir, du Genie. Kann ich da einsteigen? Natürlich nicht. ...die Aufrufungspositionen für das Ausfliegen. Okay. Ich bin vor dir, Kollege. Ach, schade. Ich dachte, da könnte man durch. So. Was haben wir denn hier drin? Oh, cool. Volle Munition habe ich. Was war das? Achso. Müll. Juhu. Strafzettel erhalten. Ach, ich bin schon einer. Das ist nur eine Lampe. Mal schauen, was hier abgeht. Ich habe zweimal C4. Ein Scharfschützengewehr. Lass mich mal ran. Oh, ein dicker, ein dicker. Der ist aber kein Problem mit dem... ...Dingsgewehr hier im Moment. Im Allgemeinen. Jawohl, da ist er schon down. Wir haben schwere Schäden. Oh, nee, nee. Fausta, so. Jetzt habe ich es. Was haben wir denn hier? Raketenwerfer. Immer gut. Bam. Ah, der ging voll in die Fresse, ey. Boom. Da hat er einen Abzug gemacht. Der kleine Bimbo. Allein schon. Warum, warum kann ich mir den jetzt nicht stoppen? Hier. Bam, bam, bam. Hä? Ach da. So, der ist erledigt. Nehmen wir mal mit. Zur Abwechslung, da wir jetzt hier sowieso erstmal noch bleiben. Oh, oh. Oh, 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 oh. Huh. Keine Granaten. Na los, komm schon, na. Dann bleibt von mir aus da unten drin. Runter. Hinter. Wie auch immer. Keiner am Arsch, ey. Die abdrehen hier schon wieder. Ich glaube. Am Arsch, ihr kleinen schwanzlutschenden Arschgeburten. Mann, ey. Ist doch wohl nicht wahr. Taktische Option verfügbar. Ich geb dir gleich taktische Optionen hier. Was ist denn da hinten? Munitionskiste. Und da? Suchen. Raketenwerfer. Was haben wir da? Rändel. Ne. Raus hier. Jetzt werden ein paar Köpfe zerballert. So, da oben haben wir noch so einen. Oh, nein, schon. Ja, genau. Ja, okay. Das ist nicht sein Kopf. Zack. Und Schiss. Wo ist der? Da haben wir ihn ja. 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 Oh, hab ich dich in deinen Tentakel getroffen. Bam, 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 bam. Ah, jetzt bin ich mal hier. In Verteidigungsposition. Mehr oder weniger. Ja. Oh, keine Munition mehr. Na dann. Ähm. Zack. Jawohl, ja. So, ich schnapp mir hier mal ein bisschen Munition weg. Raketenwerfer. Immer gut. Immer gut. Okay, kann ich da nicht rein. Super. Was wolltet der denn hier? Poser, ey. Ach, komm schon. Ganz ehrlich, ich jag den fünf Kugeln in den Schädel, ne? Und der steht immer noch. Und dem baller ich einmal den Knie und der kippt sofort um. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was haben die bloß für eine Panzerung, ey? Das ist doch nicht normal. Meine Fresse nochmal. Jetzt komm schon. Stirb. 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 Alter. Bam. Doch. Meine Fresse nochmal. Ach, komm. Ruck nicht rum hier. Nein! Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich hatte doch Panzerung angemacht noch, ey. Jetzt kann ich den ganzen Fick hier nochmal von vorne machen, ey. Das ist doch beschissen. Leckt mir doch meine Eier. Ja, ist gut. Ja, ja, ja. Aua. Tut weh. Scheiß drauf, ey. Oh, hält sich denn ganz heftig, was? Fissnaken, ey. So, der ist frei. Ruhe, ist das nicht wunderbar? So, was sagt denn hier der Visor? Boah, sind hier noch irgendwo? Okay. Okay, Schlampe. Fissnake, ey. Wie kommt da denn jetzt schon wieder so ein Schwanz-Picho? Scheiße. Ah, verflucht. 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 Nicht mit mir. Oh geil, hab ich den Schädel von dem Teil dahinter auch gleich noch mit weggepustet. Da oben ist noch so ein Flach-Wichser. Keine Munition, das ist uncool. Ja, ist ja gut. So, Raketen. Ich hab ein mieses Gefühl, weil hier so viele Raketen sind. Raketen. Äh, Granaten. Egal, fast dasselbe. Ja, schieb mich ruhig beiseite. Jetzt nicht mehr. Jawohl, geht doch. Alter, ich hab so das Gefühl, gleich kommt hier wieder so ein Monstru-Alien. Oh, Mann, ich musste es ja auch sagen, ey. Ah, die saugen ja irgendwie aus ihrer Umgebung den Strom, ne? Alter, das sieht gerade voll epic hier aus. So, gibt's noch irgendwo hier Raketenwerfer? Oh, cool. Na, will zu wohl. So, Wiesor schließen. Granate. Kann nicht mehr tragen, ne? Wie komm ich denn da hoch? Würde ich ja mal gerne wissen hier. Na, egal. Guck ich ein andern Mal. Ja. Vor allem auch so. So, du Flachwixer. Ja, lauf ruhig. Lauf ruhig. Ich krieg dich sowieso. Ja, genau. Wie hat der mich denn jetzt wieder hier gesehen? Das ist doch schon wieder beschiss. Alter, hab ich ihm hier seinen Schädel wegge... ...ballert. Nee, nichts hiermit weglaufen. Schwuchtel, bleib hier. Pissnake, ey. Oh. Ist das etwa wieder so ein dickes Viech? Tarnfeld aktiviert. 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 Vielen Dank.